So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir mal wieder einen 25 Schisser von Funke und zwar die Fermata 25A wieder mit 30er Kaliber für 30 Euro oder so NEM haben wir hier wieder 500 Gramm also auch wieder vollkommen ausgereiztes Teil Freue ich mich auch schon drauf auf die Zündung und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Zündung bis zum nächsten Mal